Ich bin hier jetzt bei. Ich glaube, es ist hier noch ein bisschen zu sein. Und dann kannst du so um 6.00 Uhr durch. Ich sage mal. Wie wäre es fast? Wir haben jetzt aber Zeit, dass wir ein bisschen Kraftschwiegen haben. Die Reihen, die hier drauf sind, haben sie einen reichen Tag, die man sieht genau so, dass ich nehme die Stellung vor einer. und Sollte Schreitern Cool, gell? Ich wünsche Ihnen noch eine gute Weiterreise, einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.